So, schauen wir, wer hier den besten Stadion ist. Christoph Daniel ist jetzt wieder aus der Tille raus. Aber Stefan Koller fehlt auf Position. Einst neben ihn. Er hat jetzt die Jutsi geringe Position. Er wird auch als erstes in die Kontrolle. Oh, da schluss der Oh! Oh, oh, oh! Vier Fahrer sind gestützt. Zwei kamen durch. Das ist Alexander Won und Martin Kotsch. Die führt jetzt, die waren die Nutzgüse von diesem Viermannsturz in der ersten Kurve. Vorne weg, weiter hin, die 861, Alexander Won. Schauen wir, ob der Eric Grappichler sich den Martin Kotsch noch schnappen kann. Und aber Martin, Eric Grappichler auf Position Nummer drei, jetzt auf Position Nummer zwei vorgefahren. Aber Sieger, wer hätte es gedacht, ist die 561, ist Alexander Won.